Am Scheibesee soll es offenbar vorangehen. Wie der Chef der Bauverwaltung Dietmar Wolf im Stadtrat berichtete, ist geplant, bis 2018 den Strand mit barrierefreiem Zugang, einer Treppenanlage und einem eigens gestalteten Bereich zu erschließen. Hier sei allerdings noch eine Finanzierungszusage der LMBV nötig. Ebenfalls in Planung ist der Bau eines Sanitärgebäudes sowie weiterer Parkflächen am jetzigen Wendehammer der Straße zum Scheibesee. Auch die Fortführung des Radweges in Richtung Königt scheint auf einem guten Weg. Das Landesamt für Straßbau wird zwei Abschnitte im Zuge der Ortsumfahrung mitrealisieren. Auch hier wurde 2018 als Fertigstellungstermin genannt.